Oh, merci die Hinedra, Jungfrau, wo hast du den Mönch gelohnt? Ja, nein, da ist ein Schreckkunde gegen gerade das Magen, hm? Was sagt denn da der arme Schnee, hm? Dass da der Verkehrsverein nichts unternimmt, hm? Hören Sie, hören Sie. Also Sie, Sie sind ja auch nicht gerade eine Schönheit. Hören Sie, wenn du mal so schön warst wie ich, hm? Ist es schwer, bringst du es fast nicht mehr weg, hm?